Musik Moin und guten Morgen! 1. Dezember, heute gibt es Adventskalender, überall, auch bei uns. Ich bin Robert Halbeck, ich bin beruflich im Moment für die Grünen unterwegs und ich habe die große Ehre und Freude, euch jeden Morgen ein Türchen zu öffnen und hinter diesem Türchen verberge ich mich dann und ich werde jeden Morgen ein Zitat oder einen Spruch vorstellen und ihr sollt raten, wer es gesagt hat. So funktioniert der Adventskalender. Am nächsten Tag gibt es dann hinter dem nächsten Türchen die Auflösung dazu und ihr könnt bis dahin kommentieren, hier unten bei der Leiste bei YouTube oder bei Facebook, wie ihr den Spruch findet. Ihr könnt raten, wer es gesagt hat. Googlen gilt nicht, auf gar keinen Fall. Und so hoffe ich, dass wir alle einen lustigen und einen entspannten Monat erleben werden und dann gut bis Weihnachten durchkommen. So, und jetzt geht's los. Hier das allererste Adventskalender-Zitat. Es lautet, Wenn die Welt untergeht, werde ich Schleswig-Holstein aufsuchen, wo sich dieser Vorgang erst 50 Jahre später vollziehen wird. Wer hat's gesagt? Wo ist es? Ich bin ja jetzt. Ich bin ja, aber nicht. Ich bin ja, aber nicht. Wollutor.